Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundespräsident außer Dienst, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal sehr herzlichen Dank für die Einladung hier am Verfassungstag 2019 zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin keine Juristin und ich bitte Sie daher um Verständnis, dass ich keinen Beitrag zum österreichischen Verfassungsrecht halten werde, wie dies die Festredner in den vergangenen Jahren auf wirklich beeindruckende Weise getan haben. Ich stehe seit nunmehr vielen Jahren der österreichischen Nationalbibliothek, einer der traditionsreichsten Kulturinstitutionen dieses Landes, vor und aus dieser Funktion heraus werde ich mich heute in meiner Festrede, sie dauert knapp eine halbe Stunde, mit der Geschichte dieser Institution, die auch die Geschichte unseres Landes im Kleinen widerspiegelt, auseinandersetzen und gleichzeitig die damit zusammenhängende Suche nach der österreichischen Identität behandeln. Mit dem Verfassungstag, wir haben es heute schon gehört, erinnert der Verfassungsgerichtshof alljährlich an den Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes in der konstituierenden Nationalversammlung vom 1. Oktober 1920. Die auf den großen österreichischen Rechtsgelehrten Hans Kelsen zurückgehende Verfassung wurde zum Fundament der 1918 neu gegründete Republik und sie ist nach ihrer Novelle 1929 eine der ältesten noch geltenden Verfassungen eines europäischen Flächenstaates und Anton Pelinker schreibt darüber in seinem Buch Die gescheiterte Republik, das allein ist ein Beleg für ihre Qualität. 1920 war auch ein entscheidendes Jahr in der Geschichte der österreichischen Nationalbibliothek. In diesem Jahr erfolgte die Umwandlung und Umbenennung der Kaiserlichen Hofbibliothek in die Nationalbibliothek der neu gegründeten Ersten Republik. Ich werde darauf gleich noch etwas später zurückkommen. Die österreichische Nationalbibliothek feierte im letzten Jahr ihren 650. Geburtstag. Ihr symbolisches Gründungsdatum 1368, das wir mit der Entstehung einer prachtvollen mittelalterlichen Handschrift verbinden, liegt nur drei Jahre nach dem Gründungsdatum der Universität Wien. Die Bibliothek zählt damit zu den ältesten noch heute bestehenden Kulturinstitutionen dieses Landes und sie repräsentiert die kulturelle Kontinuität dieses Landes in all seinen großen und kleinen politischen Umbrüchen und Wandlungen und sie war in ihrer langen Geschichte immer auch aufs engste verknüpft mit der wechselvollen politischen Geschichte dieses Landes. Zunächst als Habsburgische Fürstenbibliothek, dann im Laufe der Jahrhunderte als Kaiserliche Bibliothek, dann als K.K. Hofbibliothek der österreichisch-ungarischen Monarchie und schließlich als Nationalbibliothek der Zwischenkriegszeit und des Dritten Reichs. Erst im Juli 1945 erhielt sie ihren heutigen Namen Österreichische Nationalbibliothek. In all den teilweise dramatischen Wandlungen in ihrem Selbstverständnis hat die Bibliothek aber dennoch ihre ganze unverwechselbare Identität einer einzigartigen Sammlung herausragender Dokumente bis heute bewahrt. In ihrem Leitbild bezeichnet sich die österreichische Nationalbibliothek als lebendige Brücke zwischen dem reichhaltigen Erbe der Vergangenheit und den zukunftsorientierten Ansprüchen einer modernen Informationsgesellschaft. In dieser wichtigen Brückenfunktion liegt auch ihre bleibende gesellschaftliche Bedeutung. Wenn wir in der österreichischen Nationalbibliothek zum Ziel haben, das Wissen der Vergangenheit zu bewahren und das der Gegenwart in all seinen aktuellen Erscheinungsformen bis hin zu den Online-Publikationen zu sammeln, so steht dahinter die Überzeugung, dass die lebendige Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, mit unseren eigenen Wurzeln eine bleibende Herausforderung für jede Gesellschaft ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde im Folgenden versuchen, Ihnen anhand einiger Stationen aus den letzten 100 Jahren die enge Verflechtung der Geschichte der österreichischen Nationalbibliothek mit der Geschichte dieses Landes zu verdeutlichen. Anders als bei anderen europäischen Nationalstaaten war die Geburtsstunde unseres heutigen demokratischen Österreichs in der Ersten Republik eher gekennzeichnet durch Identitätskrisen und Selbstzweifel als von einer euphorischen, staatstragenden, nationalen Idee. Aber vielleicht liegt ja gerade darin, eine österreichische Eigenart in der Einsicht nämlich, dass die Idee einer eigenen Nation einem nicht einfach in den Schoß fällt, sondern dass sie erst in einem mühsamen Prozess der Selbstreflexion gefunden werden muss. Das Schicksal der K.K. Hofbibliothek nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie spiegelt im Kleinen sehr prägnant die große Geschichte des Landes in diesem historischen Moment wieder. Die Ausrufung der Republik am 12. November 1918 wurden diese Bande all für allemal zerrissen und die Hofbibliothek wurde mehr oder weniger über Nacht zur Nationalbibliothek der Republik Österreich. Aber ganz so glatt verlief dieser Übergang nicht, denn ebenso wie die Republik, die am 18. November 1918 als Republik Deutsch Österreich von noch nicht, von noch in der Monarchie gewählten Abgeordneten ausgerufen worden war, musste auch die Bibliothek ihre neue Identität erst finden und ihr Selbstverständnis neu definieren. Den Hof gab es zwar nicht mehr, aber die Hofbibliothek blieb zumindest dem Namen nach noch bestehen. Erst im August 1920 erhielt sie ihren neuen Namen Nationalbibliothek. Unter allen staatlichen Kulturinstitutionen war sie die einzige, die dieses Attribut National in ihrem Namen trug. Betrachtungen darüber, ob die Begriffe National und Österreichisch zusammen in einem neuen Namen vorkommen könnten, führte zu hitzigen Debatten unter Beamten, Bibliotheksexperten und Intellektuellen, die auch öffentlich in den Medien ausgetragen wurde. Der damalige Generaldirektor Josef Donnerbaum argumentierte in einer offiziellen Stellungnahme aus dem Jahr 1920 folgendermaßen. Alle diese Erwägungen veranlassen die Direktion, den Titel Nationalbibliothek vorzuschlagen. Gewiss bestehen auch gegen ihn manche Einwände und es wurde zum Beispiel von einigen Beamten der Bibliothek darauf hingewiesen, dass eine österreichische Nation nicht existiert. Ja, dass dieser Name sogar den künftigen Anschluss an Deutschland hemmen könnte. Solche Forderungen und Befürchtungen, so heißt es weiter, sind wohl doch doch zu weitgehend. Dass keine besondere österreichische Nation existiert, darf ja wohl als weltbekannt angenommen werden. Soweit der Generaldirektor damals. Obwohl der Friedensvertrag von Saint-Germain, denn die österreichischen Regierungsvertreter im September 1919 unter feierlichem Protest vor aller Welt unterzeichneten, den Namen Deutsch-Österreich untersagte und ausdrücklich einen zukünftigen Anschluss an Deutschland verbot, war es bezeichnenderweise genau diese Sorge, die die Namensfindung der Bibliothek damals prägte. Man wollte einer künftigen Vereinigung mit Deutschland nur ja nicht im Wege stehen und einigte sich also auf den seltsam, unbestimmten Ausdruck, Nationalbibliothek, denn das Haus bis 1945 auch tatsächlich trug. Darin wurde zwar explizit, aber unbestimmt auf eine Nation Bezug genommen, die es aber andererseits weltbekannterweise gar nicht geben sollte. Zumindest das Wort österreichisch vermied man peinlich. Ein österreichischer Mittelweg par excellence. Genau in diesem Zwiespalt bewegte sich der damals politische Zeitgeist, denn nahezu alle Kommentatoren auf allen Seiten des politischen Spektrums waren sich einig, dass eine österreichische Nation nicht existiere und der Begriff national für die deutsche Nation reserviert war. Im vergleichsweise kleinen, verbliebenen Restbestand einer vormals multiethnischen europäischen Großmacht eine eigene nationale Identität zu erkennen, war zu diesem Zeitpunkt offenbar bei den meisten Österreicherinnen und Österreichern unmöglich. Vorherrschend war die von nahezu allen politischen Lagern geteilte Überzeugung, dass die Zukunft des Landes nur in einer Vereinigung mit Deutschland liegen könne. Vor allem die wirtschaftliche Notlage, in der sich das verbliebene Restösterreich in den Anfangsjahren der Ersten Republik befand, schien keinen anderen Ausweg zuzulassen. Was aber bedeutete all dies für das Selbstverständnis und die Sammelpolitik der neuen Nationalbibliothek? Schon die Republik Deutsch-Österreich war mit dem Anspruch gegründet worden, die Deutschen der zisleitanischen Reichshälfte der Habsburger Monarchie zu vertreten. Der Staatsvertrag von Saint-Germain und die damit verbundenen neuen Grenzziehungen für die Republik Österreich machten diesen Vorstellungen auf einer formalen und rechtlichen Ebene ein Ende. Aber ein Vertrag und ein Gesetz machen noch keinen Staat, schon gar nicht, wenn die emotionale und mentale Zustimmung und das Grundvertrauen der handelnden Personen und auch der Bevölkerung nicht gegeben sind. Die Eliten der Ersten Republik sahen diese weitgehend als eine von außen, von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges aufgezwungene Verlegenheitslösung, die man notgedrungen akzeptieren musste, die aber keine, wie Anton Pellinker es schreibt, emotionelle Tiefenwirkung hatte. Umso stärker von Emotionen getragen war der Kampf um das kulturelle Erbe und die Überlegungen zu den zukünftigen Aufgaben der Nationalbibliothek. In den Pariser Friedensverträgen wurde festgelegt, dass die kaiserlichen Sammlungen der Habsburger Monarchie auf jenen Territorien verbleiben sollten, in denen sie sich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs befunden hatten. Diese Regelung, die für alle Nachfolgestaaten der Monarchie galt, rettete die Hofbibliothek und die großen kulturellen Sammlungen vor einer völligen Zerstückelung. Sie führte zu einer Neuordnung der staatlichen Sammlungen und sie führte auch zu einer regen Debatte über den Umgang mit dem kulturellen Erbe der Habsburger Monarchie. Die Direktion der Nationalbibliothek hatte hier einen durchaus ambivalenten Zugang. Zunächst einmal war man überaus dankbar, dass es einer von der Regierung eingesetzten Abwehrkommission gelang, mit tatkräftiger Hilfe von Bibliotheks- und Museumsexperten die Ansprüche der Nachfolgestaaten auf wertvolle Kunstobjekte aus den kaiserlichen Sammlungen zu entkräften und die wertvollsten Handschriften und Kunstschätze aus dem Habsburgischen Erbe in Österreich zu behalten. Gleichzeitig aber verabschiedete sich die Direktion vollkommen hemmungslos vom multinationalen Erbe der Monarchie in der Neuformulierung des Sammelauftrags der Nationalbibliothek. Denn über ihre Aufgabe als Hauptbibliothek Österreichs hinausgehend müsste die Bibliothek nach Ansicht der Direktion ein Sammelpunkt für die nationale Literatur jener deutschen Stämme sein, die jetzt unter fremdnationale Herrschaft gekommen sind. So war es geschrieben. Ganz im Sinne der ideologischen Ausrichtung der Republik Deutsch-Österreich sah sich die Direktion der Bibliothek als Vertretung und als Nationalbibliothek der Deutschen auf den Gebieten der ehemaligen Monarchie. Dies wäre ihre Aufgabe und nationale Arbeit im eigentlichsten Sinne des Wortes. Und dies sollte auch so bleiben bis zum 11. März 1938, als dieser nationale Traum dann endgültig in Erfüllung ging und sich augenblicklich in einen mörderischen Albtraum verwandelte. Es ist also bezeichnend und auch durchaus im Einklang mit der großen Geschichte, dass die Nationalbibliothek von 1920 sich zwar noch nicht als österreichisch definieren wollte oder konnte, sich aber für die Vertretung der deutschsprachigen Minderheiten in den ehemaligen Ländern der Donaumonarchie verantwortlich fühlte. Gegenüber der jahrhundertelangen Sammlungsgeschichte der Kaiserlichen Hofbibliothek war dies allerdings ein deutlicher Bruch. Die habsburgischen Büchersammlungen waren von Natur aus jeher multinational. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute zurückblicken auf die Schicksalsjahre Österreichs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die Jahre 1914, 1918, 1933, 1938, 1945, dann können wir das deshalb tun, weil alle die Ereignisse, und schicksalhaften Entscheidungsprozesse dieser Schlüsseljahre der österreichischen und letztlich auch der europäischen Geschichte so gut und so umfassend in den Archiven, in den Bibliotheken und in den Museen dieses Landes dokumentiert sind und weil diese Kulturinstitutionen für alle zugänglich sind und weil wir auch aktiv auf alle Bevölkerungsschichten zugehen. Warum tun wir das? Warum sollten wir das tun? Vielleicht auch deshalb, damit jede und jeder Einzelne für sich eine Antwort finden und neue Fragen stellen kann. Zum Beispiel, wie konnte es dazu kommen, dass ausgelöst durch eine fatale Fehlentscheidung Kaiser Franziosus I. die Welt 1914 in einen Weltkrieg taumelte? War die Erste Republik tatsächlich und unausweichlich zum Scheitern verurteilt, trotz freier Wahlen, trotz wichtiger Sozialgesetze und einer modernen Verfassung, die auf dem demokratischen Konsens politischer Parteien beruhte? Warum hielt die Demokratie in Österreich nicht stand und wurde 1933 durch ein autoritäres Regime ersetzt? Warum glückte der Aufbau eines souveränen, demokratischen Österreich erst nach 1945? Und warum bedurfte es zweier Weltkriege und der Ermordung von Millionen von Menschen, ehe der taumelnde Kontinent Europa zur Besinnung kam? Manchmal sind Fragen nicht einfach zu beantworten und manchmal sind Fragen auch ebenso wichtig wie Antworten. Erlauben Sie mir noch ein paar Worte zur dunkelsten Epoche in der Geschichte Österreichs und zur Geschichte der österreichischen Nationalbibliothek in der Zeit des Dritten Reiches. Die politischen Verstrickungen und die ideologische Vereinnahmung der Nationalbibliothek in dieser Zeit war weitreichend und beschämend. Wenige Tage nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938 übernahm Paul Heigl, ein überzeugter Nationalsozialist der ersten Stunde und hochrangiger SS-Angehöriger die Direktion der Bibliothek. Was folgte, war eine Zeit skrupelloser und opportunistischer Erwerbungspolitik. Wie wir anhand der Quellen heute wissen, war die Rolle der Nationalbibliothek bei der gewaltsamen Aneignung von Sammlungen jüdischer und anderer vom NS-Regime verfolgter Bürgerinnen und Bürger nicht eine nur passive und empfangende, sondern nachweisbar auch eine höchst aktive. Das Haus wurde zudem zu einem zentralen Umschlagplatz bei der Verteilung des geraubten Kulturgutes in alle Richtungen des Reiches. Heute scheint es aber auch wichtig zu betonen, dass die Verstrickung der Bibliothek in Schuld und Mittäterschaft während der NS-Zeit nach 1945 nicht abrupt zu Ende war. Ich meine damit vor allem die Verharmlosung der eigenen Mitschuld in der Nachkriegszeit. Eine ernst gemeinte Aufarbeitung der NS-Zeit muss auch die Versäumnisse, die Halbwahrheiten und die Ausflüchte der ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik mit einbeziehen, sonst wird es ihr an Glaubwürdigkeit fehlen. Auch in der Verharmlosung, in der zögerlichen und nur partiellen Rückgabe von geraubtem Sammlungsgut sowie einem völligen Fehlen von Unrechtsbewusstsein in den Jahren nach Kriegsende, war die österreichische Nationalbibliothek leider ein typisches Beispiel für den damaligen Zeitgeist. Sie konnte dieses Thema und die Versäumnisse der Nachkriegszeit erst mit ihrem 2003 veröffentlichten Promenienzbericht auf der Grundlage des Kunstrückgabegesetzes von 1998 wirklich bereinigen. Über 50.000 unrechtmäßige Erwerbungen der NS-Zeit, die sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Bibliothek befanden, werden in diesem Bericht penibel aufgelistet und sie wurden mittlerweile fast vollständig an die rechtmäßigen Erbinnen und Erben bzw. bei erblosen Objekten an den Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalfonds zurückgegeben. Politische Verantwortung für das Vergangene endet nicht an den Grenzen der eigenen Generation. Wenige der heute Lebenden haben die NS-Zeit noch aktiv miterlebt und die meisten von uns können daher nicht persönlich für das damals begangene Unrecht verantwortlich gemacht werden. Das ändert aber nichts an der Verantwortung, die wir alle als Erbinnen und Erben dieser Epoche tragen. Nur durch einen transparenten, ehrlichen Umgang mit unserer Geschichte, zusammen mit der Bereitschaft, geschehenes Unrecht offen anzuklagen und wieder gut zu machen, soweit dies heute noch möglich ist, lassen sich die Gespenster der Vergangenheit endgültig vertreiben. Ich denke, Österreich hat mittlerweile spät, aber doch den Weg zu einer ehrlichen Aufarbeitung der NS-Zeit gefunden. Die Einsetzung der Historikerkommission, die Einrichtung des Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus, wie auch das Kunstrückgabegesetz von 1998 waren wichtige Schritte in diese Richtung. Der Umgang Österreichs mit seiner NS-Vergangenheit ist ehrlicher und glaubwürdiger geworden und dafür, so hoffe ich, ist auch die österreichische Nationalbibliothek ein gutes Beispiel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe versucht, Ihnen einige Etappen aus der wechselvollen Geschichte dieser erstaunlich langlebigen Bibliothek in ihrer engen Verflechtung mit der politischen Geschichte dieses Landes aufzuzeigen. Ihre grundsätzlichen Aufgaben, ihre grundsätzliche Aufgabe in der Gesellschaft ist dabei im Wesentlichen die gleiche geblieben. Unsere Kultur beruht auf einer generationenübergreifenden Weitergabe unseres Wissens. Wissenschaftliche Forschung, Fortschritt im menschlichen Wissen überhaupt, ist nur möglich, weil wir auf den Erkenntnissen und selbstverständlich auch auf den Irrtümern unserer Vorgängerinnen und Vorgänger aufbauen können und nicht jede Generation im Erwerb von Wissen wieder bei Null beginnen muss. Jedes einzelne Dokument aus dem Wissensspeicher der Menschheit, das unwiederbringlich verloren geht, hinterlässt eine Lücke in unserem kulturellen Gedächtnis. Der Brand der legendären Bibliothek von Alexandria hinterließ einen gigantischen Krater des Vergessens. Das Memory of the World Programm der UNESCO steht symbolisch für diesen wichtigen Aspekt der Wissensbewahrung. Es versammelt Dokumente aus aller Welt, die symbolisch das gemeinsame kulturelle Erbe der Menschheit repräsentieren. Wissensbewahrung steht aber auch in einem charakteristischen Nahverhältnis zu politischen Machtstrukturen. Die deutsche Gedächtnisforscherin Aleida Assmann spricht von einer charakteristischen Allianz von Herrschaft und Gedächtnis. Ich zitiere, Legitimation ist das vordringliche Anliegen des offiziellen oder politischen Gedächtnisses. Zitat Ende. Herrschaft wurde gewöhnlich mittels ausgeklügelter Vergangenheitskonstruktionen legitimiert und damit auch der Anspruch auf ihre unbegrenzte Fortsetzung. Der Versuch, auch die Vergangenheit vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen und damit Geschichte als ihre eigene Legitimations- und Ruhmesgeschichte umzuschreiben, ist ein Kennzeichen totalitärer Macht. George Orwell hat diesen Vorgang, der sich in vielen Diktaturen der Welt bis heute tatsächlich abspielt, in seinem Roman 1984 dargestellt. Politische Machthaber totalitärer und autoritärer Regime sind nicht an einer objektiven, wertfreien Bewahrung von vergangenem Wissen bzw. Wissen über Vergangenes interessiert. Darin zeigt sich aber als Kehrseite auch die subversive Kraft von Archiven, denn in den richtigen, in den riesigen Gedächtnisspeichern wird sich immer auch politisch Unliebsames, ideologisch Verpöntes, offiziell Totgeschwiegenes finden, das die eigene Machtposition und Legitimation infrage stellt. Genauso wie das kulturelle Gedächtnis also zur Legitimation bestehender Machtverhältnisse gefälscht und missbraucht werden kann, kann es auch zu deren Infragestellung und Umsturz genutzt werden. In diesem Sinne fungieren Bibliotheken und Archive niemals bloß als Institutionen der Machtlegitimation, sondern immer auch als ihr Gegenteil, als potenzielle Orte des Widerstandes, der Kritik und der Subversion. Vorausgesetzt allerdings, dass ihre Aufgabe des Sammelns und des Bewahrens nicht von vornherein einer ideologischen Kontrolle unterworfen ist. Es ist klar, dass ideologisch gleichgeschaltete Bibliotheken und Archive sich in letzter Konsequenz selbst zerstören, weil sie die ihnen eigene Aufgabe als kulturelles Gedächtnis nicht mehr erfüllen können. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt formulierte einmal pointiert, die Vergangenheit und die Zukunft stehen miteinander in einem geheimnisvollen Stoffwechsel. Als dessen Zentralorgan fungieren die großen Bibliotheken, die alles Vergangene ohne Rücksicht auf Aktualität für die Zukunft bewahren. Der Wille zur Totalität steckt nämlich als geheimer Wahn, als eine Art angeborene Besessenheit im Wesen der Bibliothek. Die Bibliothek muss das aufbewahren, worum sich eines Tages eine neue Zeit erkennt, muss es aufbewahren, ohne zu wissen, was das ist und wo in ihren Lagern und Gestellen die schlafenden Hunde liegen. Soweit Peter von Matt. Nur in diesem Anspruch auf Objektivität und Totalität können Gedächtnisinstitutionen ihre Funktion als Hüterinnen des kulturellen Gedächtnisses gerecht werden. Sie müssen versuchen, möglichst alles zu sammeln im Rahmen der technischen und der ökonomischen Möglichkeiten, weil wir heute noch nicht wissen können, was zukünftige Generationen interessieren wird. In diesem Sinne muss das Wissensarchiv immer versuchen, zweckfrei und politisch unabhängig zu agieren, denn nur dann bleibt es eine unerschöpfliche Quelle überraschender Entdeckungen und geistiger Inspirationen. Ich möchte mit zwei Punkten schließen. Persönlichen politischen Überzeugungen, die mir entscheidend erscheinen für unsere Zukunft und die wir unserer Jugend über alle parteipolitischen Unterschiede hinweg vermitteln sollten. Zum einen ist es das unbedingte Vertrauen in einen demokratisch verfassten Rechtsstaat, den uns unsere Verfassung garantiert. Zum anderen ist es eine grundsätzliche Zuversicht gegenüber einem gemeinsamen Europa. Diese Grundüberzeugungen sollten unerschütterlich standhalten, auch in Zeiten ernster, politischer oder wirtschaftlicher Krisen. Wir wissen aus der Geschichte, dass Demokratien sich auch selbst auf demokratischem Wege ausschalten können und wir erleben Tendenzen dazu in unserer Zeit. Davor dürfen wir nicht müde werden zu warnen. Nur die Demokratie nimmt das Individuum als Selbstzweck und moralisch selbstverantwortliche Instanz ernst. Sie bildet jenen gesellschaftlichen Grundkonsens, den wir nicht mehr in Frage stellen sollten, wenn wir aus der Geschichte irgendetwas gelernt haben. Es gibt keine Alternative. Und die Entwicklung hin zu einem gemeinsamen Europa, einem Europa der kulturellen Vielfalt, das allen ethnischen und religiösen Gruppen und Minderheiten genügend Raum lässt für ihre Eigenart, aber gleichzeitig auch einen stabilen Rahmen für gegenseitiges Verständnis und Kooperation auf dem Fundament gegenseitiger Wertschätzung garantiert, auch dazu sehe ich keine Alternative. Es ist die entscheidende historische Entwicklung der letzten Jahrzehnte, eine Chance, die zu kostbar ist, um sie leichtfertig zu vertun. Wir sind es unserem Land schuldig, aktiv an der Einheit Europas mitzuarbeiten. Auch Europa kann von Österreich viel lernen, im Negativen, aber vielmehr noch im Positiven. Ich danke Ihnen herzlich.